Ja. The voice has suddenly changed. Smooth for more side active. Let's blow. What? 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 Das ist schlecht. Ähm. Gut, wir haben ein Problem. Wir haben sechs Minuten bis wir tot sind. Um genau zu sein, bis wir voller Toxin sind. Und in diesen sechs Minuten sollten wir es schaffen, das Teil auszuschalten. Wenn das nicht der Fall ist, laden wir neu und müssen das Ganze wiederholen. Und ich habe vorbeigezielt. Toll. Das hätte eigentlich klappen müssen. Hat's aber nicht. Gut, dann klappt halt nicht. Ist mir doch auch egal, du Scheiße. Ah, bin auf einmal von oben gekommen. Ich kann da, sind überall diese Timer. Au! Scheiße. Ich stell mich auch noch genau in die Feuerbahn, ne? Hä? Blub, blub, blub. Ich denke, ich werde dich ausschalten. Das ist keine gute Idee. Das auch nicht. Bisschen weiter. Ja, 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 ja. Hat's geklappt? Nein. Ähm. Dann platziere ich das orangene Portal. Hier. Nein, weiter. Weiter, weiter. Ah! So, jetzt aber. Komm schon. Lass es jetzt nicht klappen. Ha, ha, ha! Was ist das denn? Ähm. Äh. Äh. Äh, hä. Aha! Das ist das süßeste Ding, was ihr kennt. Äh, hä. Hä, hä. Schade, dass, äh, das jetzt so leise ist, ne? Aber das Ding ist sogar noch süßer als diese... Gans, die einen die ganze Zeit beschießen. Ich werde dir jetzt aber nicht alles durchgehen lassen, was sie sagt. Verdammt, ficken. Nicht gut. Äh, äh, äh. Und, ei, Gott. So. Das Ding ist nicht mal auf. Ich bin... Ja genau, wer bin ich? Das ist eine gute Frage. Äh, äh. Egal. So. Loading. Loading. Nächster Versuch. Bam! Nein. Ah. Du bist Gacke. Stirb. Wer es nicht gemerkt hat, ist dumm. Das Ding ist jetzt ein bisschen schneller im Rumwackeln. Und das Ding ist da oben. Das wollen wir da runter haben. Darum machen wir folgendes. Das, was wir sowieso schon in allen Rätseln immer machen. Wir machen es nochmal. Runterspringen. Die Gravity ausnutzen. Nicht die Gravity Gun. Denn die gibt's in diesem Spiel nicht. Und was ist das eigentlich? Okay, das ist wohl das Cake-Zubereitungsteil. Okay. Hab ich kein Problem mit. Wiederspeichern. Speichern. So, und rein damit. So, jetzt fehlt uns noch ne Zutat. Nein. Sie hat uns verarscht. Und da ist das letzte Teil. Wo geht das denn? In der Luft. In der Luft. In der Luft. In der Luft. Tja. Und. Das Ding ist praktisch der Aggressionsvermittlungs-Device-Dingen. Und dieses Aggressionsvermittlungs-Device-Dingen wollen wir nicht mehr haben. Darum. Darum. Kommt auch es. Zur. Cake. Oh, schlecht. Ah, nach oben. Ja. Die Dinger haben sich geändert. Wie lang ist es jetzt her, dass wir hier sind? Äh. Äh. Gut. Oh mein Gott. Die freie Welt. Keine Kombine. Ha. Und da steht der Name. Des maschinellen Superteils. Glados. Was? Ah. Wir sind jetzt so ein Device-Dingen. Was auf dem Boden rumgekrochen ist. Oder so. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Aber gut. Wir befinden uns im Abspann von Portal. Einem sehr genialen Spiel. Einen der genialsten Spiele, die es gibt. Mit einer genialen Idee. Einen super episch genialen Soundtrack. Und da ist der Kuchen. Es war also doch im Abspann. Im Abspann, aber vor dem Abspann. Der Kuchen. Der Kuchen. Ich will ihn haben. The cake is not alive. Ah. Was geht denn da an? Ah. Was geht denn da an? Ah. Was geht denn da an? Das können die doch nicht machen. Hier jetzt. Alles anmachen. Hallo. Ich habe keinen Stromschalter gedrückt. Hey. All right. This was a triumph. I'm making a note here to success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture Science. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017